Jo Leute, ich hab Twitch und ja, ihr könnt mich da gerne folgen oder was auch immer man da macht, denn ich hab mir grad erst mein Konto eingerichtet. Und ja, ich pack den Link in die Videobeschreibung und ich werde bald wahrscheinlich als Abo-Special einen Stream machen, einen schönen Livestream auf Twitch und ja, 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 von Minecraft natürlich. Und geht einfach auf den Link und folgt mir da oder was auch immer und ja, ciao!